Das ist der Monat der Begegnung, des Teilens, des Nachbarschafts, des friedlichen Miteinanders und des sozialen Zusammenhalts. Wir empfangen heute unsere Nachbarn, unsere Partner aus der Zivilgesellschaft und aus der Politik. Wir organisieren heute für Sie einen Iftar-Empfang, freuen uns sehr, heute Sie bei uns alle begrüßen zu dürfen und wir haben folgendes oder folgende Atmosphäre für Sie vorbereitet. Das ist der Monat der Zivilgesellschaft und aus der Zivilgesellschaft und aus der Zivilgesellschaft. Ramadhan, 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 ya Habib. Ramadhan, 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 Leidtke, Dowman Kareem. Ramadhan, 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 Ramadhan Ramos, Ramos, Ramos Ramos, Ramos Ramos, Ramos Ramos, Ramos Ramos, Ramos Ramos, Ramos 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 Musik